Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dem heutigen Tag beginnt die nunmehr 40. Kalenderwoche des laufenden Jahres 2023 und wir finden uns alle heute mit diesem Videobeitrag zum allwöchentlichen Kaffeesatzlesen ein. Bei der Goldpreisentwicklung. Denn auch wenn die Chart-Technik oft funktioniert, so bleiben wir sozusagen rechts vom Chart grundsätzlich blind. Ja, aber nichtsdestoweniger lassen wir die Chart-Bilder heute einmal völlig unbeachtet und kommen direkt auf den aktuellen Goldpreis zu sprechen. Denn dann tut es nicht ganz so weh, wobei ich aber für meinen Teil der Überzeugung bin, dass man nur dann enttäuscht werden kann, wenn man gewisse Erwartungen gehabt hat. Jedenfalls ist der Goldpreis unlängst auf den tiefsten Stand seit März dieses Jahres gefallen und überhaupt handelt es sich mit über 4% Minus um den größten Wochenverlust seit zwei Jahren. Aber der langfristig orientierte Anleger darf ganz entspannt bleiben und die aktuellen Rücksetzer für relativ kostengünstige Nachkäufe ausnutzen. Ja, es ist wirklich ein Geschenk meines Erachtens, was hier aktuell gerade passiert. Und wer nicht gerade in einer sozusagen Edelmetall-Apotheke einkauft, der bekommt die Unze Gold aktuell für ungefähr 1800 Euro. Und zwar inklusive Aufgeld, das im Durchschnitt bei rund 5% pro Unze Gold liegt. Da macht man meines Erachtens aktuell absolut nichts falsch. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung und keine Empfehlung, egal welcher Art. Das sollte man in Deutschland ja immer dazu sagen. Aber kommen wir auch einmal darauf zu sprechen, was eigentlich die Ursachen für den deutlichen Rückgang beim Goldpreis sind. Und hier wären vor allem zu nennen ein steigender US-Dollar und steigende Anleiherenditen. Ich lehne mich einmal weit aus dem Fenster und unterstelle, dass aktuell mit mehr oder weniger allen Mitteln versucht wird, die Menschen freiwillig, dass sie freiwillig sich an das Finanzsystem binden, dass das eben versucht wird, indem eben an die menschliche Gier appelliert wird. Denn die Gier übertrumpft die Vernunft. Zumindest würde kein Mensch, der bei Verstand ist, auf totgeweihte Papierwährungen und im Grunde genommen Schrott einleihen. Ja, Schrott einleihen, mehr ist es nicht, setzen. Und überhaupt wird wie so oft außer Acht gelassen, dass Rendite und Risiko untrennbar miteinander verbunden sind, denn der Zins, er ist nicht mehr und nicht weniger als eine Risikokalkulation. Ja, genau. Und im schlechtesten, im wahrsten Sinne Fall, ist ein Totalverlust der angelegten Geldsumme möglich. Physisches Gold hingegen, und ich wiederhole mich, wenn ich das immer wieder sage, aber physisches Gold erhält langfristig lediglich die reale Kaufkraft und ist somit risikofrei. Jedenfalls sind insbesondere positive US-Konjunkturdaten ein Belastungsfaktor für den Goldpreis und es ist nicht auszuschließen, dass der Goldpreis auch noch weiter fällt. Aber vergessen wir nicht, dass die Gesamtförderkosten pro Unze Gold inzwischen bei annähernd 1.400 US-Dollar liegen, bei Barrick Gold zumindest, und diese Kosten auch immer weiter steigen müssen. Im Durchschnitt steigen die Gesamtförderkosten um über 8% jährlich und demnach würde der heutige Goldpreis bereits in weniger als vier Jahren den Gesamtförderkosten pro Unze Gold entsprechen. Ja, in weniger als vier Jahren. Die Minensituation habe ich im Übrigen wissenschaftlich fundiert in meinem Buch Jahrhundertschance Silber untersucht. Ja, mit umfangreichen Studien etc. alles im Anhang hier enthalten. Es steht zwar Silber im Titel, aber es geht auch in weiten Teilen um Gold. Ich für meinen Teil bin jedenfalls absolut optimistisch gestimmt, was physisches Gold betrifft und ich sehe die aktuellen Rücksetzer wie gesagt als Geschenk an. Für mich gibt es aktuell keine bessere Möglichkeit, sein hart verdientes Geld anzulegen, insofern man langfristig denkt und sich nicht von niederen Trieben wie der Gier leiten lässt. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt jetzt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Auf eure Meinung zur aktuellen Goldpreisentwicklung bin ich sehr gespannt. Einstweilen, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und mir hilft es sehr weiter, weiterzumachen und noch sehr viel mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieser Videobeitrag heute gefallen hat, an diesem wirklich schönen Tag, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute, habt eine tolle Zeit, genießt die Zeit, keep on stacking, auf bald! Bis zum nächsten Mal!